In deiner erhabenen Größe wirfst du Gegner zu Boden. Du sendest deinen Zorn. Erfrisst sie wie Stoppeln. Du schnaubtest vor Zorn. Da türmte sich Wasser. Da standen Wogen als Wall. Fluten erstarrten im Herzen der See. Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwert. Wo stammt das her? Aus dem Buch Im Herzen der See. Viele von euch kennen den gleichnamigen Film, den gleichnamigen Hollywood-Blockbuster. Und ja, das nehme ich mal als Anlass oder das hier vorzulesen, habe ich als Anlass genommen zu meinem neuen aktuellen Projekt. Ich habe mal nachgeschaut. Im Oktober 2019 habe ich das vorgestellt, dass dieses Modell erscheinen wird. Und im November 2019 habe ich ein Unboxing gemacht von diesem Modell, von der Essex. Wie kommt Mario jetzt da drauf, die Essex zu bauen und anzufangen? Also, dass ich mich dafür interessiere, das war ja gar kein Geheimnis. Das habe ich ja beim Unboxing und so weiter erzählt, dass ich dieses Schiffchen auch gerne in meinem Repertoire haben möchte. Und ich höre einige von euch natürlich, ob das berechtigte Kritik ist oder nicht. Das sei dahingestellt, schon wieder ein Modell. Macht doch erstmal was fertig, dass das hier vorkommt, dass ein Modell fertig wird auf dem Kanal. Da gibt es ein paar Beispiele. Natürlich habe ich mehr angefangen als Fertiggestellte. Zum Beispiel, wir reden jetzt mal nur von Schiffen, die Gorch Fock, die Prinz Eugen, die Scharnhorst und die Endurance. Wobei ich sagen muss, nur noch die Prinz Eugen befindet sich hier in meinem Bastelkeller. Und auch die könnte passieren, dass sie mich verlässt im Oktober auf der Modellbaumesse. Auf der Internationalen Modellbaumesse in Ried in Österreich im Innenkreis. Da freuen wir uns schon drauf. Und ich hoffe, ich kann euch demnächst noch ein paar mehr Infos dazu geben. Ich bin da im regen Austausch mit dem Messeverantwortlichen. Und mal gucken, was sich da noch ergibt. Ja, wie komme ich jetzt auf die Essex? Die habe ich ja schon seit langem hier im Karton. Wie gesagt, nach dem Unboxing wurde der Karton verschlossen. Und dann in die ewigen Jagdgründe, wollte ich gerade sagen, ins Nirvana. In den Regalen verstaubt ist es nicht. Das geht einigermaßen, wenn ich mir vorstelle, dass ich hier auch viel mit Holz arbeite. Also der Staub hält sich echt in Grenzen. Nein. Nicht meine Göttin macht hier sauber. Nein, das mache ich dann zwischendurch mal selber. Obwohl vom Fußboden kann man hier nicht essen. Na gut, die 5-Sekunden-Regel besagt, was runterfällt. Das kann man dann trotzdem noch schnell verhaften. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Essex soll kein Traum bleiben. Die wird hier gebaut, wie auch andere Modelle. Es geht natürlich mit anderen Modellen weiter. Aber wie komme ich dazu? Ich war am Freitagabend zu einer Lesung beim Ankerherz Verlag. Gerne mal schauen. Ich mache unten in der Videobeschreibung mal den Link rein. www.ankerherz.de Ihr könnt auch gerne Ankerherz auf Facebook folgen. Da gibt es auch noch eine Gruppe, wo man dann so ein bisschen maritime Bilder selber posten kann. Ankerherz ist ein maritimer Verlag. Und wie gesagt, ich war am Freitagabend zu einer Buchlesung dort. Da hat Stefan Krücken, so heißt der Verlagschef, Schriftsteller, hat da aus seinen Büchern vorgelesen, die er geschrieben hat. Und nebenbei war dann auch noch eine kleine Musikgruppe. Zwei Leute, Fisch & Cheap, Fisch und Schaf, waren dann da. Und aus Greifswald, aus meiner Heimat, wenn man es so will, nicht meiner Heimatstadt. Weil ich stamme aus Stralsund. Stralsund und Greifswald waren nicht konkurrierende Städte. Aber doch, beim Fußball schon. Wenn Vorwärts gegen KKW gespielt hat, war da schon ganz schön was los. Ich merke schon, ich schweife ab. Aber das war so ein toller Abend. Da wollte ich unbedingt dabei sein und habe es dann auch getan. Und habe vorher bei Facebook Ankerherz auch mal beobachtet. Und die machen Live-Lesungen auf Facebook. Und dann bei der Einsendung war ich mit dabei und habe dann auch gegrüßt. Und so und hin und her. Und irgendwie kam man ins Gespräch. Und ich habe natürlich erzählt, dass ich Schiffsmodell baue. Und da wurde Stefan neugierig. Und naja, ich habe mich dann am Freitag vorgestellt. Wir haben uns dann unterhalten. Und er fing dann an und sagte, ich könne meine Schiffe auch gerne bei ihm im Laden ausstellen. Dann habe ich gesagt, das ist problematisch. Weil so viele fertige habe ich nicht. Und wenn, dann haben sie meinen Bastelkeller verlassen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Sei es als Spende oder eben verkauft. Und ich habe ihm dann aber vorgeschlagen, weil ich dann auch noch, hat auch so ein paar Sachen mit Wahlen. Auch passenderweise mit Pottwahlen. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, ich habe noch einen Bausatz, den ich noch gar nicht angefangen habe. Und den würde ich gerne für ihn bauen. Für Ankerherz bauen, für das Geschäft. Und ja, er war davon begeistert. Und letztendlich, ich meine, wir werden noch in Kontakt treten. Und letztendlich ist für mich, also ich sehe das so als kleinen Auftrag, ein Auftragsbau da draus geworden quasi. Wie sich das Ganze dann noch entwickelt, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall möchte ich gerne dieses Schiffchen für Ankerherz bauen. Und das Modell soll dann dort nachher seinen Platz finden. Ich habe noch vergessen, was ihr unterzuholen. Ihr kennt alle diesen Pottwal. Den habe ich euch ja mal gezeigt. Der wurde mir mal geschenkt. Das ist ein 3D-Druck. Und mein lieber Kumpel Axel hat den bemalt. Der hat dafür den kleineren gekriegt. Ich bin froh, dass er mir den größeren überlassen hat. Und ja, das soll dann quasi halt Moby Dick, alias Mocha Dick sein. Und mal gucken, wie ich den dann an dem Modell irgendwie platziert bekomme. Wie gesagt, ich habe mir gestern auch gerade wieder nochmal im Herzen der See diesen Film angeschaut. Und ja, ein bisschen was habe ich gelesen von, dass Moby Dick auf Steuerbordseite eingeschlagen hat. Dann habe ich ihm auch mal wieder gelesen, dass er auf Backbordseite die Essex angegriffen hat. Im Film war, glaube ich, auch von Backbord die Rede. Ich bin mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher. Vielleicht weiß einer davon ja von euch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall zur Geschichte der Essex. Ich habe nochmal die Seite aufgerufen, wo dieses Modell zu erwerben gibt. Nämlich bei www.corona-net.de Bei Frank, da habe ich das damals auch geholt. Das habe ich euch auch bei der Vorschau zu diesem Modell und auch beim Unboxing erzählt. Da steht unter anderem geschrieben, nicht nur da, bei Okre selbst natürlich auch, dass im November 1820 der Untergang bewegend war. Das war Fällinger Essex. Die Besatzung aus der USA und mit dem Kapitän George Pollard. Und von insgesamt 21 Besatzungsmitgliedern. Das stimmt dann insoweit auch mit diesem Buch überein. Hier steht, das Schiff kenterte, doch die 20-Mann starke Besatzung kam. Konnte sich auf den drei kleinen Beibooten retten. Da ist es auf der Webseite ist ein Gespräch von 21, hier von 20. Hier ist auch, ein Moment, die Besatzung der Essex. Wir haben den Kapitän George Pollard, Junior. Dann den Obermatt Owen Chase. Wer kennt ihn nicht in dem Film? Einmal frei, dann den zweiten Maat. Das sind dann drei Personen. Dann haben wir die Bootssteuermänner, das sind auch drei. Dann sind wir schon bei sechs. Dann haben wir Matrosen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, zehn. Das sind dann 19. Dann haben wir den Stuart und den Kajütenjungen. Dann sind wir bei 21. Also Kapitän plus 20 Besatzungsmitglieder oder insgesamt 21. Wie gesagt, die waren ja Walfänger. Warum Wale gejagt wurden und so wissen wir alle. Das ging um den Tram, um das Öl. Selbst um, das habe ich heute gerade gesehen, habe ich wieder vergessen, was aus dem Inneren, was fürchterlich gestunken hat, aber je länger das mit Sauerstoff in Kontakt kam, wurde dieses Zeug dann nachher benutzt für Parfüm. Ich habe jetzt auch wieder den Ausdruck dafür vergessen, aber ich bin jetzt hier kein Parfüm-Spezialist. Natürlich benutzt man sowas, aber wie das Zeug jetzt genau heißt. Aber nichtsdestotrotz, wie komme ich übrigens zu Ankerherz? Da hat mein lieber Sohn Schuld. Vor ziemlich genau zwei Jahren zu meinem Geburtstag hat er mir ein wunderschönes Buch geschenkt, das sich in meinem Leben alles um die Küste dreht, um Schiffe dreht. Das wisst ihr alle, nicht nur hier im Schiffsmodellbau, sondern auch beruflich. Ich bin Schiffbauer von Beruf und deswegen interessiert mich das Ganze alles. Mein Bruder ist zu See gefahren. Mir war es leider nicht vergönnt, aufgrund, ja, nicht schulischer Leistungen, sondern schulischer Beurteilungen. Und aber deswegen nichtsdestotrotz schlägt mein Herz für die Küste, für Schiffe und so weiter und so fort. Und dann hat mein Sohn ein wunderschönes Buch geschenkt, kann ich nur jedem empfehlen, Kapitän. Und Kapitän, Glaube, Liebe, Hoffnung, Seeleute erzählen ihre besten Geschichten. Und ich schwöre es euch, einmal angefangen mit einer Geschichte legt man das Buch bis zum Ende dieser einen Geschichte auf jeden Fall nicht weg. Ganz im Gegenteil, man möchte eigentlich dann auch noch gleich die nächste und die nächste und die nächste. Und übrigens, das ist auch von Stefan Krücken geschrieben. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat er selber auch alle Kapitäne kennengelernt, die hier die Geschichten erzählt haben und hat sie dann aufgeschrieben. Und hat sozusagen, weil Kapitäne prahlen nicht mit dem, was sie getan haben, was sie gemacht haben, ganz im Gegenteil, also sie nennen das ihre Pflicht, durch Stürme durchzukommen, Menschenleben, so weiter und so fort, und prahlen damit überhaupt nicht. Aber so, dadurch, dass sowas dann niedergeschrieben wurde und wird, hat man dann zumindestens alten Kapitänen ein Denkmal gesetzt. Und ich finde, das haben sie auf jeden Fall verdient. Wie gesagt, hier ist auch schön das Logo drauf, Ankerherz, hier hinten auch. Und die Zentrale von Ankerherz ist in Hollenstedt, das ist gleich drei Dörfer von mir weiter. Deswegen, ich habe wieder Glück, dass ich sozusagen ziemlich dicht an der Quelle sitze. Und ja, ich werde auch bald wieder hingehen. Und zwar werden drei Kapitäne zu Besuch sein. Und dort ihre Geschichten erzählen. Das wird auch wieder ein schöner Abend werden. Und ich gehe davon aus, dass ich da Zeit haben werde, um da auch hinzugehen. Gut, wir wollen jetzt aber auch zur S6 kommen. Einfach nur mal, um das Ganze einmal zu zeigen. Ich zeige euch das gleich von nahem. Der Anfang ist gemacht. Der Anfang ist aber von der Sache her auch immer ziemlich einfach und simpel, wie bei fast allen Modellen. Und der Aufbau ist auch immer ziemlich gleich. Aber ich möchte gleich noch ein paar Sachen erzählen dazu, warum ich wie was gemacht habe. Ja, im Grunde genommen geht es nur um die Decksbeplankung, weil die ist anders wie bei den anderen Schiffen. Bei der Terror war sie auch ganz anders, weil da ist eine typische Beplankung drauf, die was mit der Verstärkung mit dem Eis zu tun hat. Aber hier ist das, wo ich das her habe, wie gesagt, das werde ich euch gleich einmal erzählen. Gut, ich würde sagen, wir machen einmal einen Schnitt. Dann bauen wir die Kamera um und dann zeige ich euch, wie weit ich bin, was als nächstes kommt. Und ich kann jetzt aber natürlich schon sagen, dass das nicht zeitnah weitergeht. Immer nur mal so zwischendurch, weil ich habe gesagt, das dauert locker ein Jahr, dieses Schiff zu bauen. Ich will natürlich auch andere machen, aber jetzt hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt zu sagen, Nächstes Jahr im Oktober zur Messe soll das Schiff dann fertig sein, also sprich am Oktober 2023. Und danach wird das Schiff dann nach Hollenstedt in die Ankerherzzentrale segeln. Gut, ich würde sagen, ihr kommt mal rauf auf den Basteltisch und ich zeige euch mal, wie weit ich bin. Legen wir los. So, hier haben wir dann das Modell auf der Helling von Jojo Modellbau, was ich euch letztens gerade gezeigt habe. Und ich muss aber sagen, diese Helling ist bedingt einsetzbar. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier unten. Der Mittelträger liegt nicht voll ganz richtig unten auf. In dem Moment können wir noch froh sein, dass die Spanten nicht bis unten runter gehen. Deswegen können wir die Helling noch nutzen. Mit hier diesen Dreiecken. So steht sie dann ganz gut hier drin. Ich meine, letztendlich, jetzt wird nachher bald der Punkt kommen, wo man die Helling nicht mehr brauchen wird. Also man braucht sie, um die Spanten zu montieren und so weiter und so fort. Gut, dann habe ich das Deck fertig beplankt. Und zwar wie folgt. Also in der Bauanleitung ist wieder angegeben, komplett lange Leisten und dann im Zweierverlege musste alle 60 mm, also alle 6 cm, dann Plankenstöße andeuten. Das ist so eine typische Okredex-Beplankung, wo ich auch schon darauf hingewiesen habe und über Frank Okre mitteilen lassen habe, dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr recherchiert und sich vielleicht da ein bisschen mehr Mühe gibt, die Beplankung doch ein bisschen anders zu machen. Weil ob ich sie nur im Zweierverlegemuster verlege oder in anderen Verlegemuster, sei dahingestellt. Hier ist das Ganze ein bisschen anders dargestellt. Das sieht auch ein bisschen gleichmäßiger aus. Und zwar habe ich hier ein 6er-Verlegemuster. Wenn wir hier jetzt den Stoß haben, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 rein weiter, kommt dann wieder derselbe Stoß. Nur mal ganz nebenbei, auf die Nagelung habe ich bewusst verzichtet. Das möchte ich eigentlich gar nicht machen, weil würde dann viel zu groß eigentlich werden. Wenn wir das Schiffchen ist hier, das Modell ist im Maßstab 1 zu 60 und dann jeder Bleistiftpunkt ist dann doch ein bisschen viel zu groß. Das Verlegemuster, ich habe mich damit hinreißen lassen und zwar hatte ich mir mal ein Buch gekauft von der Essex. Es ist aber nicht dieselbe Essex. Es ist eine 32-Kanonen-Fregatte Essex. Das ist hier dieses Buch, Anatomy of Chip. Und da waren dann auch Bilder oder Zeichnungen drinne vom Deck. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt schon überblättert. Nein, ich glaube noch nicht. Da sind, da habe ich das doch schon überblättert. Na, ist egal. Da sind jedenfalls Deckszeichnungen drauf. Und haben dann gezeigt, ein 6er Verlegemuster und mit den 6 cm kam ich da auch ungefähr hin. Also dadurch, dass es im Maßstab 1 zu 60 ist und nicht 1 zu 100, habe ich dann mich auch entschieden, die 5 mm Leisten zu lassen, auch wenn die noch zu dick sind. Auch da habe ich Maokre freundlich angefragt und Bescheid gesagt, ob man nicht wenigstens automatisch immer 3 mm Leisten nimmt, um das Ganze schmaler darzustellen. Ist zwar mehr Arbeit, aber das Ergebnis sieht am Ende dann viel schöner aus. Ja, dann habe ich als nächsten Arbeitsschritt, den ich als nächstes machen möchte, heute nicht, und zwar die Schanzkleider. Ich habe die Schanz schon vorgebogen, gewässert und mit einem Plankenbieger gebogen und das ist so eine Art Lötkolben und die Schanz kommt nachher, hier haben wir schon solche kleinen Nupsis dran, da wird die Schanz nachher rüber gesteckt und sozusagen so angeklebt, angenagelt. Und ein bisschen Nacharbeit hat man natürlich noch, hat man das dann auf der einen Seite und dann von der anderen Seite dann genauso. Und später hin wird die Schanz von innen noch beplankt. Wir haben hier auch schon den Ausschnitt, muss ich mal dann so zeigen. Für später nachher für den Bugsprit. Und dann haben wir hier den Ausschnitt, der dann hier durch Deck durchstößt und dann hier drinnen im spannten Gerüst mündet. Wir sehen hier ein Dreimaster. Ich kann das auch gerne, das machen wir gleich. Ein Dreimaster. Und da möchte ich auch nachher gleich noch was zu sagen. So, jetzt kriege ich das nicht wieder ab. Soll ja auch nachher irgendwann da später hin. Also ihr seht, wir haben mit dem Walfänger Essex, habe ich gestartet. Und wofür der nachher sein soll später, wüsst ihr auch jetzt Bescheid. Und ich kann euch nur raten, guckt einfach mal da rein, wer sich für Schifffahrt, für nicht Seemannsgarn, für Geschichten von alten Kapitänen und so weiter interessiert. Ich habe auch noch mehrere Bücher schon mir geholt und gelesen. Und da gehe ich dann nach und nach bei den nächsten Videofolgen über die Essex ein. Ja, wie gesagt, hier haben wir das spannten Gerüst der Essex mit dem Deck. Und nur nochmal der Vollständigkeit halber, damit man das auch mal sehen kann. Hier sehen wir eindeutig drei Masten. Das ist ein Dreimast-Vollschiff, sage ich jetzt mal. Ich nehme mal an, auch eine Fregatte. So hieß das früher. Das Schiff war, ich meine, 28 Meter lang in echt. Das Modell hat die Größe, Moment, das steht ja hier immer an der Seite drauf. Wie gesagt, Maßstab 1 zu 60. Ist nachher 73,5 Zentimeter lang. 22,5 Zentimeter breit. Also sprich, die breitesten, untersten Rahmen. Und hat eine Höhe, sprich der Hauptmast nachher, dann, wie gesagt, also vom Kiel bis hoch von 55,2 Zentimeter. Tja, also ist nicht ganz klein, aber auch nicht sehr groß. Wir haben jetzt, um das mal einfach zu zeigen, wir haben ja nachher über 70 Zentimeter. Wir haben jetzt um und bei 41 Zentimeter, also kommen noch 30 Zentimeter ran. Das heißt, nach hinten guckt noch ein bisschen was über und nach vorne auf jeden Fall dann der Bug spriet. Warum beharre ich immerzu noch so auf die drei Masten? In dem Buch kann man das natürlich hier vorne, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir gucken mal hier vorne einfach. Doch, hier kann man das erahnen. Hier kann man das erahnen. In dem Buch ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, wie groß der Wal ist. Aber wenn man jetzt hier genau mal rauf guckt auf das Schiff von oben. Genau, sieht man nur zwei Masten. Und im Film ist das auch so. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man einfach da sich gedacht hat, aus Kostengründen oder wie auch immer. Oder vielleicht, weil man kein anderes Schiff gefunden hat, weil die Essex gibt es ja nicht mehr. Die ist ja 1820 gesunken nach dem Walangriff. Und das war auch in echt so, dass da Schiffe durch Walangriffe zum Sinken gebracht wurden. Eine Erklärung gibt es höchstwahrscheinlich. Und dass man sich dann gedacht hat, komm, aus Kostengründen oder so, wir haben dann eben nur ein Schiff mit zwei Masten. Also warum das so gehandhabt würde, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Schauspieler zu viel Geld gekostet. Und dass man deswegen gedacht hat, komm, wir nehmen einen Mast weniger. Aber nichtsdestotrotz, die Essex hatte drei Masten. Es gibt mehrerlei Gründe, die man vermutet. Man sagt, also ich habe mir heute auch ein bisschen Videomaterial beim Basteln so angeschaut. Auf YouTube gibt es eine Menge davon, dass man sich angucken kann. Und man vermutet, es gibt eine Vermutung der Wissenschaftler, dass Wale bewusst wahrgenommen haben. Sie wurden ja verfolgt, getötet und angegriffen. Und sie haben ja eigentlich nur einen einzigen Feind, die Pottwale. Und zwar den Orca. Aber nicht die Männchen. Auch wenn die Männchen wohl auch mal angegriffen wurden, aber das ist seltener. Aber so Männchen und Kälber werden, Weibchen und Kälber werden auf jeden Fall auch von den Orcas angegriffen. Also dass die Pottwale nicht doof sind, also dass sie Intelligenz besitzen, das weiß man heutzutage. Und dass die dann mit Absicht die Schiffe gerammt haben. Es gibt eine zweite Variante. Und zwar ist jedes Mal dann vorgekommen, wenn ein Walangriff war. Dass zum Beispiel der Schmied oder von mir aus auch der Schiffstischler gehämmert haben an Bord. Und sozusagen solche Geräusche, solche Klickgeräusche über Wasser übertragen wurden. Die Pottwale von ihren Rivalen dann ja sozusagen so mitbekommen und die dann angreifen. Jetzt muss man wissen, so habe ich mir das jetzt auch angehört heute, dass Pottwale nicht nach vorne gucken können, sondern nur zur Seite. Und warum sie dann immer so auf Höhe des Fockmastes haben sie getroffen. Und zwar ist, das widerspricht jetzt der Theorie, dass die Essex auf der Backbordseite getroffen wurde. Und zwar, dass die Wale immer geguckt haben von dem Gegner das rechte Auge zu treffen. Und das würde dann so von der Größe, vom Platz her passen. Also beim Wal ist hier dann höherechtes Auge, ist dann hier der Fockmast sozusagen. Also das wäre die zweite Variante. Wie gesagt, was davon nun stimmt, ich bin jetzt kein Wahlforscher und ich wollte das einfach nur mal so weitergeben, was ich mir heute alles so angeguckt habe. Und die, die meinen Kanal schon länger schauen, die wissen, dass ich immer versuche oder bei mir geht es auch oft dann darum, dass man so ein paar Hintergründe von den Modellen weiß und sich beliest und so weiter und so fort. Und das möchte ich natürlich auch gerne weitergeben. Ihr könnt ruhig auch, denen das nicht interessiert, hier einfach nicht einschalten, von mir aus auch den Daumen runter klicken. Da gibt es ja immer noch ein paar Experten, nichts können, aber den Daumen runter klicken. Einfach, ich möchte, jetzt mache ich mich selber sprachlos. Einfach nur von jedem Modell möchte ich dann auch ein bisschen Geschichte wissen und Hintergründe wissen und so weiter und so fort. Und von dem einen oder anderen gibt es sogar, wo man noch mehr mit dem Herzen dabei ist. Mit dem Herzen bin ich immer dabei. Im Herzen der See quasi. Das war eine gute Überleitung gewesen. Also auf jeden Fall schaut euch den Film nochmal an. Vielleicht erweckt es den einen oder anderen auch zur Liebe zu diesem Modell. Und auch wenn bald was Neues rauskommt von Okre, kann man sich natürlich immer mal wieder gerade diese kleineren Modelle sich holen und bauen. Das habe ich übrigens auch angemerkt bei Okre, dass man vielleicht, weil wir ja gerade die Amerigo Vespucci hatten, die dann oder haben, die dann dementsprechend etwas größer ist und natürlich auch unterm Strich eine größere Belastung für den Geldbeutel ist. Dass man sich vielleicht darauf konzentriert, wie das lieber zwei Modelle im Jahr rausbringt oder drei und dann wissen wir von einer kleineren Variante. Ich habe auch ein paar Vorschläge gemacht, was für eine Modelle es sein könnte. Zur Bauanleitung möchte ich sagen, weil dieses Modell ja schon ein bisschen älter ist. Ich würde das nicht unbedingt als allererstes Modell bauen, weil ich habe schon mal reingeschaut. Also das, was die ersten Sachen angeht, das ist alles nicht weiter schlimm. Wie die Beplankung gemacht wird, es wird auch ein bisschen gezeigt. Auf einer Seite wird das alles gemacht, wie gestragt wird und die Beplankung dann angebaut wird. Aber nachher später, wenn die Tagelage gemacht wird und so, da ist schon, klar haben wir hier die Einzelzeichnung. Aber so wie das nachher aussieht, die Bebilderung lässt dann doch ein bisschen zu wünschen übrig. Das war bei der Endurion zum Beispiel um Welten besser. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Auch die Essex hat eine Hellling gefunden auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und wie gesagt, hier habe ich mir jetzt wirklich ein Zeitlimit gesetzt, dass sie nächstes Jahr im Oktober auf der Messe zu sehen sein wird. Und dann auch dem Laden zugeführt wird, quasi Ankerherz, der Ankerherzzentrale. Was die Darstellung angeht, da bin ich mir noch nicht richtig sicher. Wenn wir jetzt mal hier das Modell nehmen. Wie gesagt, auf der einen Seite habe ich gelesen, dass Moby Dick auf die Backbordseite eingeschlagen hat. Wir wissen ja jetzt Höhe Fockmaß, also wissen wir genau, wo wir dann hier ansetzen können. Oder dann eben, er wollte das rechte Auge treffen seines Gegners. Dann auf diese Seite. Jetzt bin ich wirklich am überlegen, ob ich nachher zum Ende hin das Modell ein bisschen kaputt mache. Damit man dann sozusagen, ich weiß nicht, wie groß das Ganze dann nachher wird, dass man dann so sehen kann, dass Moby Dick dann, der guckt zwar hier sehr freundlich, Axel hat die Augen sehr freundlich gemalt, finde ich. Also er guckt gar nicht grimmig. Er guckt lieb und nett. Das ist der liebe, nette Moby Dick. Der gerade satt, voller Tintenfisch. Dass der, weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache, dass ich das vielleicht so dargestellt bekomme. Mal sehen, wie das gehen soll. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. So habe ich ein paar Überlegungen, das dann so darzustellen. Gut, das soll es von der S6 gewesen sein, lange noch gesabbelt. Nichts zu bauen gezeigt, aber letztendlich. Ihr seht das schon, ne, Spantengerüst. Ihr habt den Mittelträger, die Spanten werden alle die richtige Reihenfolge eingebaut. Das Deck wird aufgebaut. Ich habe dann das Deck beplankt. Jetzt geht es quasi ans Straken. Und dann die zweite Plankung ein bisschen, hier vorne habe ich schon ein bisschen gestragt, weil die Schanze angebaut werden soll und dann, wie gesagt, wird gestragt. Das Schöne ist bei diesem Modell, hier haben wir noch einen ordentlichen Verhölzer. Das wird dann nachher, das macht es dann ein bisschen einfacher für den vorderen und den achteren Bereich, dass hier Füllstücke rankommen, die dann in Form geschliffen werden. Und dann, wo dann nachher später nur noch die zweite, das heißt nur noch die zweite Plankung aufgebracht wird. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein von der Essex. Der Baustart ist geglückt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Nicht beim nächsten Mal, wenn die Essex kommt, sondern auch gerne bei allen anderen Modellen, die ich hier bei mir auf meinem Kanal zeige. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bleibt mir treu, bleibt auf jeden Fall neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Ganz wichtig, natürlich bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.